Ganz klar. Jetzt vielleicht mal zaubern, wäre cool. Tam, 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 tam. Ich meinte nicht, dass der Gegner zaubert. Ey, der kann so schnell zaubern, das ist der Wahnsinn. Das ist ja echt übertrieben geil. Das ist mein Gegner, aber... Oberste Kajüte. Was auch immer oberste Kajüte jetzt bedeuten soll, es bedeutet oberste Kajüte. Ist ganz klar. So, wir sind geheilt. Gay heilt. Ah, ha, ha. Ein Witz. Ein tierischer Witz. Ein Brüller. Ah, Stefan Raphit ihn bald benutzen. Ah, gay heilt. Ah, ha. Gut, jetzt aber hier. Antidata. Knabums. Ähm, knabums. Genauso. Und jetzt. Du hast keine Chance gegen meine Über-Teleport-Attack. Zagubu, zagubu, zagubu. Yeah. Und nur noch ein Task. Task. Komm, Task. Machen wir so. Jum, 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 jum. Die haben total viel Leben. Boah, wir sind auch mal irgendwann tot. Das ist gut. Ah. Naja, die Items hier, die kann ich achtmal in eine Tonne treten. Das ist der Wahnsinn. So. Oh, mint. Wieder herstellen. So, wenn wir hier speichern, dann kommt gleich der Endgegner. Oh, wie geil. Orangenbonbon war nochmal irgendwo. Ich hab's vergessen. Verdammt. Mh, 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 mh. A, B, C, D. Boah. Das dauert ja schon. Ähm. Orange. Downs, downs. Und downs, downs. Und downs. Okay. Speichern. Ja. Ja, Leute. Oh, wir sind erst zwei Stunden hier drin. Und? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was kommt, was kommt? Wow. Oh Gott. Irgendwas übergroßes. Ein Drache. Hä? Der sieht aus wie der aus der Arena. Okay. Hä? Ich. Nein. Ich bin Weiber. Patron. Dieses. Felices. I. Der. Der. Ego. Äh. Egoistisch genug ist, hierher zu kommen, um die Artefakteinzwecke zu stehen, soll bestraft werden. An mir. Werdet ihr nehmen. Ist es jetzt echt nur der? Moment. Silber weh. Warte mal. Das kann jetzt nicht sein. Das ist. Das ist. Moment. Ich hab den doch schon alleine besiegt. Jetzt werde ich den ja wohl mit den ganzen Leuten hier erst recht besiegen können. 100 pro. Ist das jetzt ein Scherz? Moment mal. Irgendwas kommt noch. Das kann nicht der Einzige sein. Ja, du wolltest irgendwas zaubern? Ich hab einfach mal. Nee, egal, ob du was zaubern willst. Ja, okay. Ähm. Der wird sehr einfach jetzt. Also wenn es denn genau derselbe ist. Ich weiß es jetzt nicht, ob es genau derselbe ist. Aber es ist auf jeden Fall. Eine frappierende Ähnlichkeit. Der Zwillingsbruder ist auf jeden Fall in dieser Höhle hier. Gut zu wissen. Also irgendwie nicht sonderlich schwer bisher. Einmal getroffen hat er uns noch nicht. Ähm. Gut. Juhu. Sag ich mal. Hey, jupi juhu. Funk erhielt Level ab. Ja, okay. Ah, wir bekommen auch kein Item. Alles okay. Unglaublich. Ihr habt wirklich gewonnen. Nun gut, die Artefakte hören euch. Was? Welche Artefakte? Okay, wir gehen mal weiter. Zwergenhöhle. Wow. Wow. Okay. Los geht's. Stundenglas. Langweilig. Lebens... Äh, was? Wunder. Wunder. Mix. Mix. Ja. Ähm. Okay. Elixier. Ich glaube nur, dass die vier Items da oben gut sind. Hoffe ich. Wunder. Komm, bitte. Alles ist doch hier. Äh, äh, hallo. Bitte. Jetzt irgendwas Gutes. Fragezeichenwaffe. Aha. Aha. Eine einzige. Okay, wir brauchen die Ruhnenflasche, die jetzt wieder ganz unten ist. Tut mir leid. R-r-rum-ru-ru-nen. Da. Und wir bekommen... Excalibur. Excalibur. Das Schwert eines alten Paladins. Wow. Und wieder Dunkelheit. Scheiße. Ich möchte ohne Attribut. Abenteuerorb. Was? Abenteuer. Ein Orb, der Gegner anziehen oder abstoßen kann. Niedrig. Öh, damit kannst du das Feindesaufkommen reduzieren. Ja. Oh Gott. Warum jetzt? Ich bekomme es am Ende des Spiels. Was für eine Kacke. Niedrig. Ja. Oh. Das ist ein Zauberbuche. Archie lernt Vernichtung. Ja. Ja, das klingt gut. Ja, das klingt gut. Cool. Und das ist ein Buch über Schwerttechniken. Fangler Tor... Torszorn? Ist das vielleicht die Atombombe, die ich einmal angesprochen habe bei Tor? Cool. Okay, also hier auf dem Podest waren die besten Sachen. Techniken. So. Torszorn. Da oben war es. Torszorn. Blitzschlag und Tigerbiss. Okay. Äh. Geil. Ja. Und sie... Wir haben dauerhaft eine heilige Flasche aktiviert. Yeah. Und wie soll ich jetzt hier wieder wegkommen? Leute. Äh. 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 Ich meine, äh. Ich meine, äh. Ich möchte wieder... Äh. Es ist alles dunkel wieder. Aber niedriges Gegneraufkommen. Oh Gott. Wir können mehr als drei Schritte laufen ohne Gegner. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Ich speichere. Guckt euch das an. Okay. Doch. Es kommen immer noch Gegner. Aber. Ey. Wow. Gegneraufkommen niedrig. Das macht das alles... Warum... Also jetzt habe ich schon mal Excalibur bekommen. Warum rüste ich jetzt nicht mal aus? Das ist mal eine interessante Frage, die ich mir da gestellt habe. Die ich auch unbeantwortet jetzt einfach mal gelassen habe. Weil jetzt kann ich es ja mal testen. Ja. Jetzt teste ich es einfach mal. Geil. Und ich meine... Was war es jetzt? Ne. Ich kriege hier noch eine Beschwörung. Genau. Das wurde mir ja gesagt. Auf der 21. Ebene gibt es die letzte Beschwörung. Wo? Ich möchte wissen, wo. Jaja. Komm. Lass doch mal gut sein. Jetzt hier. Ich gehe an dich ran und mache so. Gut. So. Ach da. 9000. Ja. 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 Gut. Jetzt speichere ich mal. Hier. Und rüste mich aus. Mit? Was ist eigentlich besser? Excalibur oder? Ja. Excalibur ist besser. Sehr geil. Wow. Boah. Wir haben Excalibur. Das klingt nach einem sehr guten Schwert. Hier lang. Hier lang. Da. Öffnen. Fragezeichen-Helm. Naja. Ah. Machen. Okay. Es leckt. Äh. Warum? Okay. Ich frage mich nach. Runenflasche. Da. Und es ist wieder eine Sternkappe. Lass mich raten. 1, 2. Lederhut. Mh. Gut. Ein Item, was ich aber noch nicht habe. Äh. Konnte ich hier nach oben? Nein. Ich muss auf die andere Seite. Alter. Ohne Kämpfe ist es jetzt hier so schön. Oh. Wow. Abenteuer-Ob. Oh. Genial. Äh. Hallo? Sackgasse? Ich möchte auf die andere Seite. Hier lang? Äh. Licht. Danke. Hm. Nach oben. Jetzt nach links. Jetzt da hin. Jetzt nach unten. Oh. Kaum Kämpf. Gut. Ich sag kaum Kämpfe. Schon kaum Kampf. Jetzt. Ich bin gespannt, ob ich die Gegner heile. Nein. Ich heile die Gegner nicht. Dafür mache ich Überschaden. Wow. 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 Jetzt macht das Spiel Spaß. Ja, stimmt. Davor hat es mir auch gar keinen Spaß gemacht. Ja, stimmt. Ja. Total der Schwachste. Nein. Davor hat es mir auch Spaß gemacht. Und mich er klingt einmal jetzt. Wauw, 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 wauw. Ja. Wuhu. Ich fühle mich stark. Ich fühle mich gut. Äh. Wo lange wollte ich jetzt? Nach unten oder nach oben? Licht. Danke. Nach unten. Äh. Ja. Nach unten. Ja. Hier hinnehme ich. Fragezeichenwaffe. Und, äh, da komm ich noch nicht ran Dreck So, nach oben, nach da Und jetzt nach links und nach unten Hä, geht's hier oben weiter? Moment, ne Und nach unten Da unten weiter geht's hier Fragezeichenwaffe Ah, wir gucken mal Oh, oh, okay Aha, nochmal Excalibur und Excalibur 100 Pro Äh, Runen Da, geil Also erst Barmutschwanz, der schon cool ist Den ich aber nicht Eisgemitter und Eissarg Habe ich alles beides schon mal Na gut Und, äh Und, 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 und Yeti, fliehen wir Ja, auch wenn ich jetzt eine neue Waffe habe Der Kampf, ist es ein ekliger Kampf, den ich nicht mag Einfach, so einfach ist es Und was ist in der blauen Schatztruhe Vielleicht irgendwas für Klaas Ja, der Ring, nein Weiter nach unten Und hier weiter nach unten Okay, zwei blaue Elixier und Apfelbonbon Ähm Ich sollte hier auf der 21. doch meine letzte Beschwörung bekommen Wo bitte? Wo bitte bekomme ich die? Ähm Gut Keine Ahnung Gut Kein Licht Sag mal, das nervt mit dem Licht Echt? Kann ich das irgendwie? Nein 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 Gut, lassen wir Dreck Wo soll's die hier geben? Antwortet mir Ihr, die, ihr das Spiel kennt Kein Hip-Hop-Fan Und Moods Weiß es irgendwie auch Und, ähm Dingswurms Vic Weiß es auch Wenn Vic überhaupt noch zuhört Ich glaub, der hat nur einmal ein Video gesehen und hat gesagt Höhöhö Höhö Depp Depp, Depp, Depp Du musst da hin und dann Und dann da hin Und danach dann da hin Ja Eventuell Ich weiß nicht Vielleicht Keine Ahnung Vielleicht kennt er mich ja auch besser Vielleicht ist es ja Mein Vater Der mir da geschrieben hat Nein, kein Todeschrei Ja Irgendjemand hat den grad abgewährt Wer auch immer Ja, auf jeden Fall wurde er nicht Bis zum Ende durchgecast Tötötötötötötötötötötöt Naja Egal Weiter Alles töte Ja Hab Ach, Held. Ach, Mann. Du Failgeburt, echt. Cool. Yeah, der Schaden ist genial. Es könnte noch ein bisschen besser sein. Es könnte sich so im 5000er-Bereich bewegen. Dann wäre es richtig genial. So, hier lang. Geht es hier irgendwo nach oben? Ach ja, nach oben wollte ich. Mal gucken. Vielleicht gab es hier was. Vielleicht muss ich einfach nur rein und irgendwas anklicken. Nee, eindeutig nicht. Okay, hiermit rufe ich auf. Bitte verratet mir. Wo die letzte Beschwörung ist. Bitte, sagt es mir. Dankeschön. Funk-Oyal, over and out.